Hi, Christian hier von Aktienrunde.de. Im heutigen Video möchte ich nochmal kurz ein weiteres Demokonto eröffnen, und zwar bei dem Broker XM. Wir haben zwar bereits ein Konto bei IG Markets, aber da ist es im Demo leider nicht möglich mit einem Metatrader zu traden. Daher habe ich mir gedacht, ich eröffne einfach noch ein zweites Demokonto, mit dem wir dann ab und zu auch mit dem Metatrader arbeiten können. Zur Eröffnung klicke ich hier bei uns auf der Seite Aktienrunde.de auf jetzt anmelden und gelange direkt auf die Startseite von dem CFD Broker XM. Wie ihr seht, gibt es hier zur Zeit eine Sonderaktion, in der wir einen Echtgeldbonus von 25 Euro bekommen ohne Einzahlung. Das Ganze kann ich euch hier kurz mal zeigen. Wie ihr seht, bekommt ihr hier bei dieser Sonderaktion 25 Euro ohne eigene Einzahlung. Und das Tolle ist halt hier dabei, dass halt sämtliche Gewinne ausbezahlbar sind und das Ganze gilt allerdings nur für neue Kunden. In einem späteren Video werde ich mir ganz bestimmt noch ein weiteres Konto anlegen, in dem ich euch dann zeige, wie ihr an diese 25 Euro Bonus kommt. Mehr dazu aber im nächsten Video. So, nochmal zurück und jetzt öffnen wir erstmal, wie gesagt, unser Demokonto. Ja, bei XM ist es wie bei den meisten anderen Broker auch, dass man für die Registrierung eines Demokontos natürlich die persönliche Daten preisgeben muss. Und ich gebe die gerade hier mal schnell ein. So, Moment, ich arbeite mich hier gerade schnell durch. Und ja, wie gesagt, das ist bei jedem Broker das Gleiche, dass man halt seine persönlichen Daten angeben muss. Ist aber auch völlig in Ordnung. So, hier haben wir auch schon die Bestätigung, dass wir das Konto haben. Hier schaue ich noch einmal in mein E-Mail-Postfach rein, wo ich noch mit einem kurzen Link bestätigen muss, dass ich auch wirklich dieses Konto angelegt habe. So, zurück auf der Seite von XM. Hier kann ich jetzt die Handelsplattformen downloaden. Also mir steht der Metatrader 4 für PC, Mac oder auch Tablets, Handys und so weiter zur Verfügung. Und ja, ich entscheide mich jetzt gerade für die Downloadversion für PC, weil ich gerade kurz runterlade. Ansonsten kann ich hier natürlich aber auch noch direkt im Webtrader handeln, was natürlich auch sehr interessant ist. Und ich gebe mir gerade meine Daten hier ein. Dann zeige ich euch das Ganze nochmal kurz. Und ja, so sieht der Metatrader bei XM in der Webversion aus. So, und damit ist die Registrierung unseres Demokontos eigentlich schon fertig. Hier unten sieht man, dass wir unser Demokonto mit virtuellem Geld gefunden haben. Und hier kann ich auch schon den Chart analysieren, wenn ich das mag. Ich habe auch ansonsten die Standard- bzw. die meisten Features wie auch bei der normalen Downloadversion. Wobei mein erster Eindruck ziemlich positiv ist, da mir das Ganze recht ordentlich und aufgeräumt vorkommt. Wir haben hier oben halt unsere ganzen Icons für diese Bedienelemente. Der Chart lässt sich ziemlich gut manövrieren. Auch können wir hier gut die Ansichten ändern. Vor allem auch das Einfügen von Objekten wie etwa den gefärbten Rechtecken und so weiter lässt sich meiner Meinung nach ziemlich einfach handeln. Also ich bin doch positiv überrascht. Moment, ich ziehe das Ganze mal ein bisschen größer hier, damit ich euch das Ganze noch ein bisschen besser zeigen kann. Also hier auch die Timeframes oder hier in der Lupe lässt sich das Ganze noch mal gut weiter wegscrollen bzw. enger ziehen. Und ich möchte euch hier aber noch ein bisschen was zeigen in diesem Video. Also man kann auch wirklich hier ganz einfach Linien führen, Trend oder sonstiges einzeichnen. Und das Ganze dann natürlich auch noch mal in den ganzen verschiedenen Timeframes wiedergeben. Ja, also alles in allem bin ich bisher ziemlich begeistert von der Bedienung her. Gut, was wir jetzt hier wahrscheinlich nicht finden werden, ist die Unterstützung von irgendwelchen Vorlagen oder aber auch Plugins oder ähnlichem. Und da müssen wir aber in den nächsten Videos dann genauer schauen. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir hier in der Webversion so ziemlich alles, was wir für das Trading benötigen. Und ich denke daher auch, dass wir da in Zukunft recht gut mit zurechtkommen werden. Also hierbei mache ich mir echt überhaupt keine Sorgen. So, ich habe jetzt mal alle Objekte noch mal entfernt und werde jetzt noch mal kurz ein bisschen was einzeichnen. Ja, ich gucke mal noch mal kurz nach. Gehen wir hier. Also hier haben wir schon eine ordentliche Bandbreite an Chartfunktionen, was wir hier einstellen können. So, gehen wir hier auf Einfügen, also Formen, Rechteck. Und ganz wichtig ist vor allem diese Funktion hier, finde ich, damit wir unsere Tradingzonen besser einzeichnen können. Ja, das funktioniert eigentlich soweit ganz gut hier. Muss man doch sagen. Ja, wobei es könnte ruhig so eine Schnelltastenkombination oder sowas geben. Vielleicht gibt es das ja, aber ich weiß es im Moment noch nicht. Aber wichtig ist vor allem, dass es funktioniert. Also ich glaube, hier können wir definitiv später drauf aufbauen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut für dieses Video. Und in den nächsten Videos machen wir dann wieder Trading weiter. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.